Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Berlin und die Monorail ist unterwegs. Wisst ihr was, wir steigen mal ganz kurz ein. Ich möchte mal kurz gucken, haben wir denn hier auch? Oh ja, wir haben auch die verschiedenen Perspektiven. Die sind bei jedem Fahrzeug drin. Cool, sind wir hier auch mal wieder ein Momentchen unterwegs. Wir werden jetzt aber gleich wieder aussteigen, weil die Fahrt haben wir ja schon gemacht. Wenn auch nicht mit diesen Perspektiven, dann doch eben mit der normalen. Ja, cool. Okay, aber eine Textur hat das Teil irgendwie immer noch nicht. Schade ein bisschen, mir gefällt dieses Grün halt nicht. Das ist irgendwie für mich, wie soll ich sagen, das ist nicht eine Metro, äh Metro sage ich schon, eine Monorail Farbe. Aber egal, die Strecke sonst ist natürlich cool. Äh, nicht weil die so cool gebaut ist, sondern, ja, weil es eben etwas Spezielles ist in diesem Spiel. Gut, wir werden jetzt gucken, wie wir von hier nach da vorne kommen. Nämlich nach St. Annen. Hier haben wir den Güterbahnhof. Wo haben wir den normalen? Hier haben wir hier oben. Oh, mitten in der Stadt drin. Aha, und hier haben sie uns schön zugebaut. Da könnte man aber schon mit dem Gleis noch rein. Und das würde ich tatsächlich auch machen. Hier vorne müssen wir dann irgendwie wieder rauskommen. Und nach Dresden. Oder wir machen es halt anders. Wir gehen zuerst nach Dresden. Nach Dresden hätten wir nämlich Gleise. Wir haben aber wahrscheinlich auch, äh, nach da Gleise. Lass mich mal schnell gucken. Ist hier irgendjemand unterwegs? Nach St. Annen. Wenn wir hier mal gucken. Runter gehen. Berlin Flughafen Express. Irgendwie ein St. Andingens müssen wir haben. Weisse Lady. Äh, nein. Universallinie wahrscheinlich ja. Ah, nee, auch nicht. Okay. Hulsbach haben wir hier noch. Äh, zur Auswahl. Dann haben wir hier den Metropolen Express. Der ist noch unterwegs. Ja gut, aber auf die ICE-Strecke möchte ich dann eben doch nicht. Äh, Berlin Oberböse. Ja, okay. Soviel zum Thema. Nee, da haben wir eigentlich keine Strecke. Das kann eigentlich fast nicht sein. Also nach, äh, Sankt Annen hier vorne. Gut, dann machen wir eine. Wir haben hier ein Gleis. Geht hier lang. Gehen wir hier irgendwie rein. Da rüber und nach da hinten. Und brechen hier sozusagen in die Stadt ein. So, fertig gedreht. Jetzt habe ich es gefunden. Das so irgendwie, keine Ahnung. Ich muss halt auch mal noch gucken. Haben wir denn noch freie Gleise? Jawohl, wir haben mehr als eins. Hier haben wir eins. Hier haben wir eins. Wenn wir dann nach Dresden wollen, wäre es wahrscheinlich schlauer. Ja, nee, nicht mal unbedingt. Ich wollte gerade sagen, in dieses Gleis rein. Dann könnten wir relativ einfach hier rüber. Aber wir haben natürlich diese Linie noch im Weg. Wahrscheinlich ist es einfacher, das linke Gleis zu nehmen. Dieses hier. Und dann hier raus zu gehen. Und dann hier vorne mit einer Brücke Richtung Dresden. Oder mit einem Tunnel. Das können wir dann natürlich auch. Aber jetzt müssen wir erstmal hier reinkommen. So, das heißt, wir schnappen uns. Ja, erstmal gucken. Wo kommen wir hier rein? Weil wir müssen natürlich auch wieder rauskommen. Was war denn jetzt hier die Idee, die angedachte? Dieses Gleis hier. Okay, dann müssen wir mit dem. Im Prinzip geradeaus. Und das wird jetzt eh schon schwierig. Das sieht man. Ich neige dann doch eher dazu. Weil das wird, wie soll man das machen? Da ist die gelbe Linie im Weg. Also wenn wir hier rausgehen. Ja, mit einer Kreuzung. Aber, hm, das gefällt mir halt einmal mehr wieder nicht wirklich. Hm, wie sieht es denn aus, wenn wir hier hinten rausgehen? Hier hätten wir doch Platz. Jetzt hier kämen wir sogar mit einer Brücke. Schön hier rüber. Moment, wenn man es richtig macht. So, nehmen wir das mal weg. Und gucken hier. Aha, das ist dann halt keine Brücke mehr. Da müssen wir gucken, dass wir wieder eine Brücke hinkriegen. Mit M. Geht nicht. Wir sind zu tief. Echt jetzt? Das wäre halt relativ schön. Wie soll ich sagen? Es ist parallel, das Ganze. Wenn ich das jetzt hier hochziehe. Dann ist es halt nicht mehr parallel. Sonst gehen wir halt nach hier vorne. Und machen die Kurve hier. Hier kommen wir nämlich auch rüber. Düsen dann hier lang. Hier kommen wir unten durch. Und können hier einfädeln. Das ist doch eigentlich viel besser. Das ist natürlich ein bisschen umständlich. Aber ich muss sagen, mir gefällt diese Kreuzung hier. Die es gäbe nicht wirklich. Nein, möchte ich nicht haben. Das sieht optisch nicht gut aus. Und irgendwie, ja, ist einfach nicht schön. Also, ist das das richtige Gleis? Ich gucke nochmal. Doch, doch. Das auf der Seite. Ähm. Ja, okay. Das müsste das Richtige sein. Ich brauche es mal schnell. Ich mache nochmal kurz eine Kontrolle. Da ist die blaue Linie. Die daneben wäre die grüne. Jawohl, das ist sogar absolut das richtige Gleis. Perfekt. Nehmen wir hier gleich den Kollegen noch mit. Habe ich das jetzt irgendwie abwärtsgerichtet gebaut? Das muss eigentlich auch nicht sein. Halt. Machen wir nochmal kurz weg. Damit wir sicher sind, dass wir nicht abwärtsgerichtet bauen. Ne, das war eigentlich schon aufwärts. Und dann hier rüber. Doch, doch. Das passt eigentlich. Okay. Nehmen wir das zweite Gleis noch mit. Machen hier diese Kurve. Ohne Tunnel. Sondern schön so, dass wir da nicht in den Bereich reinkommen. Das ist auch in Ordnung. Und wenn es dann irgendwo, wollte ich gerade sagen, hier hinten noch einen Tunnel gibt, dann ist das eigentlich okay. Und hier wieder vorbei. Wir machen es mal bis hier hin. Wir machen was für ein Portal. Irgendwie was nicht allzu auffälliges. Würde ich vorschlagen. Dann machen wir das hier. Okay. Da haben wir, glaube ich, ein ähnliches. Da hinten. Machen wir mal. Jetzt hoffe ich, das klappt mit dem zweiten Gleis ebenso. Jawohl. Und ob. Moment. Wenn man es richtig macht, dann klappt es nämlich auch. Zack. Und dann werden wir danach, wenn wir dazu kommen, sonst machen wir das in der nächsten Folge, noch unsere Killerbrücke mit einem Fahrzeug bestücken. Und da habe ich auch schon eine Idee, was das für ein Fahrzeug gibt. Das sehen wir uns dann an. Müssen wir jetzt hier echt allen Ernstes auf eine Brücke rauf. Zwangsweise. Sieht fast so aus. Aber dann machen wir hier eine Brücke. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So beim Bahnhof. Dann machen wir aber irgendwie eine Brücke, die aussieht wie die hier. Das ist die mit dem Geländer. Okay. Wo haben wir den Kollegen mit dem Geländer? Nein. Ähm. Jawohl. Hier wäre das. Wenn ich dich hier lang ziehe. Ja, das kann man machen. Das sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Und da vorne gehen wir aber irgendwie, ja wahrscheinlich auch mit einer Brücke rüber. Ich wollte eigentlich hier unten durch. Aber ja, die Höhe kriegen wir sozusagen nicht mehr weg. Das ist mir auch fast ein bisschen zu hoch, muss ich sagen. Können wir das nicht vielleicht sogar die ersten paar Meter zumindest? Das ist so das Aufschütten oder einen Damm machen. Irgendwie sowas in der Richtung. Also Aufschütten. Ne, Aufschütten funktioniert nicht. Wenn ich einen Damm draus mache, dann befürchte ich, fliegt das Ganze ziemlich. Ja, hier unten ein bisschen würde eigentlich sogar funktionieren. Gefällt mir das? Ich weiss nicht. Für Berlin wäre es eigentlich okay. Aber auf der anderen Seite, so richtig anfreunden kann ich mich damit dann irgendwie doch nicht. Ähm. Das war die Brücke. Machen wir halt die Brücke. So, wir können ja weiter vorne im Damm übergehen oder in der Aufschüttung. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, machen wir das hier so parallel. Nehmen nochmal einen Pfeiler mit. Okay. Geschnappt. Oh, Moment. Das zweite Gleis. Ja, ne. Ist die richtige Variante. Das rechte Teil. Dann kommen wir hier nämlich auch noch lang. Sonst wäre der Bereich hier natürlich im Weg gewesen. Und jetzt werden wir halt tatsächlich wahrscheinlich nicht runterkommen. Nee. Ne, das klappt nicht. Hä. Okay, schade. Wenn wir hier das Ganze so machen, dann machen wir das Ganze aber tatsächlich so, dass wir hier mal gucken, das nochmal schnell kontrollieren sozusagen, ob hier nicht irgendwie ein Damm Sinn macht. Ne. Ne. Irgendwie. Nein. Okay. Dann eben doch nicht. Aufschüttung klappt so natürlich auch nicht. Weil selbst sie würde fliegen, wenn sie denn gehen würde. Aber sie geht natürlich nicht. Okay. In die Richtung wäre es dann eben so. Ja, warum nicht? Dann ist das halt hier auch nochmal so eine Art Hochbahn, wenn ich weiter runtergehe. Da kommen wir tatsächlich hier nicht unten durch. Ich weiss gar nicht, warum das nicht klappen möchte. Also, dass wir hier Steigung zu gross. Aha. So geht's. Und da kommen wir halt hier, ja, mit einer Kreuzung rüber. Nein, möchte ich eben genau nicht. Dann müssen wir hier oben rüber. Oder wir machen hier nochmal eine Kurve. Das ist natürlich auch eine Idee. Oder wir machen sowieso das Ganze kurviger. Ne. Wir lassen das jetzt so, wie wir es haben. Aber wir gucken mal, wenn wir hier in die Richtung gehen. Und dann wieder zurück. Ist irgendwie auch doof. Wer soll schon so bauen? Warum baut man hier eine Kurve? Ne. Dann baut man halt eine Brücke. Wir machen die Brücke. So. Einmal hier rüber. Nach da. Dann hier ein bisschen Höhe dazu. Und dann gucken, dass wir keine Kollision haben. Oder wir machen halt nochmal ein bisschen Höhe dazu. Dann ist es immerhin gerade. Okay. So wird es klappen. Mal bis hier hin. Und dann gucken wir, wie wir weiter verfahren. Gut. Das nehmen wir. Sauber. Dann haben wir hier am Rücken des Bahnhofs tatsächlich nochmal so eine schöne Brücke. Das ist doch auch nett. So. Einmal hier rüber. Jawohl. Das funktioniert schon mal blendend. Und jetzt werden wir auf der Brücke bleiben. Weil hier vorne. Ich wollte gerade sagen. Hier müssen wir ja auch wieder rüber. Wenn wir nach da hinten wollen. Dann wären wir hier schon mal auf der richtigen Seite. Könnten wir hier noch ins Gleis rein. Eigentlich wollte ich ja ursprünglich. Ja. Das Gleis wäre. Ja. Wir müssen eigentlich sogar hier hin. Damit wir da in Ruhe rüber kommen. Das heisst hier eine Brücke rüber. Ja. In den Bereich. Und da vorne. Nochmal eine Brücke. Oder unten durch. Oder erstmal hier rein. Und dann da rüber. Das wäre auch eine Möglichkeit. Gefällt mir eigentlich fast besser. Wenn ich hier nochmal runter gehe. Das ein bisschen ziehe. Dann klappt es. Und dann sind wir eigentlich fast auf der Erde. Wie sieht das wohl aus? Wenn man hier lang düst. Hm. Ja. Da kommen wir ein bisschen in die Oberleitung rein. Ein bisschen Höhe brauchen wir nochmal. Dann brauchen wir nachher ein bisschen mehr Weg. Um da rüber zu kommen. Das ist aber auch in Ordnung. Kaufen wir. So. Ich hoffe das klappt mit dem zweiten Gleis auch. Hier ist noch eine Fabrik im Weg. Ja. Glück gehabt. Sauber. Ran vorbei. Jetzt hätte ich natürlich auch sagen können. Das war kein Glück. Das war Können. Nein. Das war reines Glück. Weil mir ist gar nicht aufgefallen. Dass da noch eine Fabrik ist zuerst. Ja. Dass aber aufgeschüttet wird. Das ist natürlich relativ cool. Das möchte aber nicht aufgeschüttet werden. Aus irgendeinem Grund wehrt sich das Ding dagegen. Okay. Damm kann ich mir glaube ich schenken. Wobei der Damm würde funktionieren. Guck mal. Okay. Dann gibt das hier einen Damm. Weil wir haben hier auch Dämme. Das macht also durchaus Sinn. Okay. Hier runter. Da rüber. Und dann dort wieder rüber. Tempo 191. Das ist okay. Weil es ist ja die Universallinie. Sprich. Da brauchen wir nicht unbedingt ein massives Tempo. So. Jetzt wird das hier aber natürlich entsprechend so gebaut. Geht hier rüber. Oh. Da kommen wir aber tatsächlich auch schon ein bisschen runter. Dann machen wir es eben so. Da haben wir sogar 300 Sachen drauf. Ähm. Machen wir. Auch wenn es da ein bisschen holpert. Weil ich jetzt wieder die Schiene über die Strasse baue. Mir gefällt das eigentlich. Wenn es ein bisschen holpert. Das sieht irgendwie lebendig aus. Beim ICE wie gesagt eher nicht. Ganz klar. Aber bei so einem. Ja. Normalen Regiozug oder so. Ist das definitiv nicht allzu tragisch. Okay. Diese Schranke. Und jetzt. Wollen wir hier irgendwie rüber. Das werden wir irgendwie hinkriegen. Kriege ich das vielleicht sogar so hin? Nein. Das geht nicht. Ich kann mal testen. Ähm. Pitch up. Wenn wir es so machen. Das reicht auch noch nicht. Okay. Dann gehen wir noch mal ein bisschen rauf. Dann haben wir hier eine gerade Brücke rüber. Moment. Jetzt geht es. Okay. Da muss man erst noch mal neu ansetzen. Das ist fast ein bisschen zu hoch. Lass mich das noch mal ein bisschen runterziehen hier. Ja. Gefällt mir schon besser. Aber natürlich. Ganz logisch. Wieder mit der Brücke hier. Kann man machen. Da ist nachher das Gleis im Weg. Da müssen wir noch mal irgendwie rüber kommen. Naja gut. Das werden wir hinkriegen. Wenn wir hier die Brücke so machen. Dann gibt es hier natürlich eine relativ steile Kurve. Deswegen. Ich nehme das noch mal kurz weg. Und mache es so hier rüber. das Ganze. Der Vorteil wenn man so baut. Der Vorteil wenn man so baut ist halt ganz einfach, dass die Brücken eben gerade sind. Ja. Jetzt ist sogar fast die Ausrichtung zu krass. Moment. Ich mache es mal von hier aus kommend. So. Nochmal hier runter. Ähm. Nochmal die richtige Brücke. Das wäre die hier. Ja. Und jetzt passt es doch ungefähr. Ich hoffe das passt mit Gleis Nummer 2 ebenso. Jawohl. Das tut es. Gut. Dann kommen wir da rein. 176. Das reicht auch dicke vom Tempo her. Sauber. Das haben wir. Ne. Sieht doch eigentlich ganz nett aus. Jetzt ist halt die Frage. Bleiben wir gleich auf der Höhe. Weil hier müssen wir sowieso wieder rüber. Ähm. Das würde aufgeschüttet werden. Das wäre eh okay. Und hier werden wir die Strasse kappen. Weil so aufgeschüttet. In aufgeschüttetem Zustand. Kommen wir hier natürlich nicht über die Strasse rüber. Deswegen. Zack. Musst du kurz weichen. Nein. Ich brauche nicht eine Strasse. Ich brauche die Schiene. Und hier vorne halt wieder auf eine Brücke rauf. Wisst ihr was? Wir machen das nochmal gleich. Wir machen hier nochmal zuerst die Brücke. Würde ich vorschlagen. So. Moment. Irgendwie so. Oder vielleicht sogar so. Wo müssen wir genau hin? Da hinten. Ja. Das wäre von der Ausrichtung her gar nicht so verkehrt. Also. Nehmen wir wieder die Brücke. Ungefähr passt das mit dem Teil da. Wobei. Das kann man auch noch ein bisschen genauer machen. Nämlich so. Okay. Ja. Müsste funktionieren. Gebaut. So. Dann haben wir hier halt tatsächlich das Ganze nochmal auf einer Brücke. Das können wir aber ändern. Weil so können wir es nämlich aufschütten. Das würde ich auch tatsächlich tun. Das sieht meiner Meinung nach wesentlich besser aus. Gut. Nehmen wir mit. Und wenn wir jetzt so schön vorwärts kommen, wie wir gerade kommen. Dann kommen wir nämlich heute tatsächlich noch dazu, dass wir uns noch um die Killerbrücke kümmern. Cool. So. Hier müssen wir runter. Wir wollen auf die Erde zurück. Wir müssen da vorne in die Gleise rein. So. Das passt auch. Brücke angeschlossen. Perfekt. Schönes Bauen so eigentlich mit dieser neuen Funktion. Muss ich zugeben. Jetzt hat hier, haben wir gesagt, in dieses Gleis hier hinten. Ganz klar. Da sind Gebäude fällig. Das wird nicht anders gehen. Ich baue es jetzt aber hier nicht zweigleisig, sondern ich mache hier eine Weiche. Ähm. Warum baue ich eigentlich schon wieder zweigleisig? Das gibt es ja gar nicht. He. Ah. Das Problem hatte ich doch schon mal bei Tränenfieber. Habe ich angesprochen. Als wir da die Universallinie gebaut haben, da habe ich auch plötzlich mittendrin wieder zweigleisig gebaut. Weil ich mich so gewohnt bin, dass man eben zweigleisig baut. Hier hätte ein Gleis gereicht. Okay. Jetzt haben wir aber zwei. Das ist natürlich auch kein Drama. Das können wir ja anderweitig noch verwenden. So ist es ja auch nicht. Gut. Jetzt wo ich gesagt habe, dass wir hier vorne nur zweigleisig sind und in den Bahnhof eingleisig reingehen, da merke ich dann, dass wir eben sowieso bloß ein Gleis brauchen. Ist ja auch nicht schlecht. So. Das funktioniert aber. Da kommen wir rein. Die Gebäude werden entfernt. Das war klar. Dann machen wir hier die Weiche. Wir machen sie sogar noch ein bisschen weiter vorne, damit sie da wieder bauen können. Na. Muss ich bis hier hinziehen. Okay. So. Und jetzt dran denken heisse ich. Es reicht eingleisig. Hier noch kurz korrigieren. Wir machen den Stadt. Die Stadtschranke würde ich vorschlagen. Das wäre City. Und hier auch. Dann haben wir nämlich zweimal die gleiche. Stadt City. City, City, City. Das wäre... Ne. Doch wäre das hier gewesen. Machen wir das hier auch noch zu. Ne. Moment. Dell, 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 Dell. Ja. Das ist definitiv das gleiche Teil. So. Aber da bauen sie schon wieder. Weil sie haben ja gemerkt. Wir haben hier was abgerissen. Gut. Das würde passen. Das andere Gleis lassen wir. Und dann kommen wir nämlich hier vorne. Jawohl. Hier raus. Das heisst wir können hier im Prinzip... Wenn es funktioniert. Jawohl. Das funktioniert. Dass wir hier das Gleis rausziehen. Das machen wir schon mal. Hier weiter gehen. Und das wird uns halt nochmal ein Gebäude kosten. Wisst ihr was? Das bauen wir auch gleich mal. Ganz einfach. Damit sie hier gar nicht... ...auf die Idee kommen. Gar nicht der Versuchung erliegend zu bauen. Gut. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Was wir jetzt aber noch machen hier? Ganz klar. A. Das sind kurz die Signale. Und B. Die Linie vervollständigen. Da brauche ich noch meinen schlauen Zettel. Dass ich da noch eintrage. Dass wir jetzt in Berlin. Beziehungsweise in St. Annen angekommen sind. So. Hier rüber. Da habe ich es doch tatsächlich zweigleisig gebaut. Naja. Eben. Ist ja kein Drama. Diese Schienen kann man ja auch anderweitig noch verwenden. So ist es ja auch nicht. Aber jetzt muss ich tatsächlich dran denken. Dass ich dann künftig vielleicht mal dran denke. Dass wenn ich eingleisig bauen will. Dass ich tatsächlich auch nur ein Gleis brauche. So. Hier runter. Dann ist hier vorne irgendwo Feuerabend. Oder es wäre. Wenn wir eine Weiche hätten. Gut. Da müssen wir noch kurz eine Weiche installieren. Machen wir mit normalem Gleis. Gerne hier auf der Brücke. Wenn es funktioniert. Das tut es auch. So in die Richtung. Das funktioniert auch. Zurück zu den Signalen. Dann gibt es. Zack. Einmal hier das Signal. Und dann machen wir hier oben noch eins. So. Und dann haben wir das. Wir brauchen Kollege Linie. Äh. Uni. Versallinie. Zack. Von Berlin Hauptbahnhof. Nach hier vorne. Wird wahrscheinlich auch nicht eingezeichnet. Weil sie eben den Weg zurück nicht finden. Jawohl. Das hätten wir drin. Jetzt brauche ich. Meinen schlauen. Meinen schlauen Zettel. Und dann kommt nämlich hier hin. Acht. Das ist die achte Station. Sankt Annen. Okay. Jetzt kann ich das wieder weglegen. Und dann haben wir das nämlich. Sauber. Dann sind wir eh schon hier. Und von hier geht es dann. In irgendeiner Form. Da nach Dresden. So. Hier machen wir mal zu. Und jetzt düsen wir zur Killerbrücke. Wenn ich sie finde. Ich gucke mal auf die Uhr. Doch doch. Das müsste eigentlich theoretisch noch reichen. Die ist hier vorne. Genau. Hier wollten wir ja noch LKWs oder irgendwas drauf haben. Auf der Strasse. Ich würde es jetzt sogar anders machen. Ich möchte hier eigentlich so eine Art Überland. Strassenbahn haben. Wir werden uns das jetzt mal ansehen. Das kann gut sein. Dass wir hier noch nicht fertig werden. Weil es gibt so eine neue. Ähm. Strassenbahn. Die gefällt mir eigentlich schon. Ausgesprochen gut. Wir müssen mal gucken. Wenn wir hier Gleise machen. Oder von wo nach wo. Ist eigentlich naheliegend. Äh. Moment. Ja. Das war schon wieder mein Handy. Das gibt es ja gar nicht. Das hatte ich letztens schon bei einer Aufnahme drin. Das Problem ist. Das ist mein Wecker. Ich bin früh unterwegs. Bin früher aufgestanden. Als ich eigentlich wollte. Und habe natürlich vergessen. Dass ich den Wecker noch eingeschaltet. Beziehungsweise eingestellt hatte. Und deswegen. Ich hoffe das hat jetzt nicht wieder ewig gebimmelt. Weil ich höre das natürlich unter den Kopfhörern nicht. Sonst ein riesen Sorry. Ich werde mir das künftig angewöhnen. Dass dieses Telefon. Beziehungsweise der Wecker. Nicht mehr hier in meiner Hosentasche ist. Gut. Jetzt also die Frage. Ähm. Nach Zürich rein halt. Haben wir denn hier noch Platz? Ja gut. Wir kommen ja auf der Strasse. Da ist eigentlich der Bahnhof irrelevant. Hier kommen wir schon irgendwie rein. Dann halten wir irgendwie beim Bahnhof. Das heisst. Wir machen eine Straßenbahnverbindung. Überland-Straßenbahnverbindung. Von Wien nach Zürich. Gut. Machen wir das mal. Jetzt müssen wir aber glaube ich zuerst gucken. Wäre nicht so falsch. Wenn wir mal schauen. Ähm. Ob wir hier. Busspur. Tramgleis. Ja doch. Das geht. Ich wollte gerade sagen. Puh. Wenn wir jetzt Pech haben. Dann kriegen wir hier tatsächlich das Tramgleis nicht rauf. Aber ihr seht schon. Das funktioniert. Dann machen wir das natürlich auch. So. Hier hätten wir überall Tramgleis. Hier wahrscheinlich. Müsste es eigentlich auch klappen. Jawohl. Okay. Und. Vielleicht hier rüber. Und dann geht das hier. Oh. Haben wir hier auch. Moment. Haben wir hier auch Tramgleis? Oder kriege ich hier eins hin? Wenn wir das aufrüsten. Äh. Types. Kultur. Dingens. Äh. Und Zeug und Sachen. Das möchte ich ja nicht anklicken. Ich weiss nicht was das heisst. Wir haben hier aber. Ähm. Eigentlich. Keine. Dingens. Kann ich das machen. Dass ich das. Nein. Geht nicht. Okay. Dann müssen wir halt aussen rum. Machen wir das ganz einfach. Dass die Strasse hier runter geht. Aber dann können wir diese Strasse hier verwenden. So. Also hier lang. Okay. Das hat auch schon mal gepasst. Jetzt gucken wir noch mal schnell auf der anderen Seite. Jetzt gucken wir noch mal schnell auf der anderen Seite. Wie das aussieht. Weil wir können natürlich. Ähm. Nur weil wir jetzt hier eine Strassenbahn rüber schicken. Das heisst natürlich nicht. dass wir deswegen keine LKWs. oder so rüber schicken könnten. Das würde ich dann doch auch machen. Das würde ich dann doch auch machen. Führt die Strasse irgendwie nach da hinten. Jawohl. Das tut sie. Dann können wir hier schön dem See entlang. Sehr nett. Wir düsen mal. Ne. Das geht nicht. Aber hier aussen rum geht es. Okay. Oh. Hier unten durch. Wunderbar. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ja. Geht auch. Dann sind wir hier. Dann düsen wir hier irgendwie in Richtung Haltestelle. Die Frage ist halt. Wo machen wir die Haltestelle? Weil wir brauchen natürlich eine Strassenbahn Haltestelle. Vielleicht auf der Seite. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dass wir die irgendwo hier hin machen. Dann nehme ich das mal wieder weg. Das geht ja relativ schnell. Und gut. Wie man sieht. Gut. Dann hätten wir das soweit gemacht. Jetzt machen wir mal die Haltestellen hin. Da wo wir tatsächlich anhalten wollen. Da brauchen wir nichts riesiges. Sondern irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie. Hm. Plus minus irgendwas. Was halt nett ist. Warum nicht sowas? In der Richtung. Würde hier sogar funktionieren. Und da könnte die Strassenbahn sogar drehen. Oder brauchen wir da eine Strassenbahnhaltestelle? Alter Leuchtkasten. Nein. Car, Post, Haltestelle Dingens. Oh. Wir haben hier nochmal ein paar weitere. Bus und Tram Haltestelle. Das Teil sieht eigentlich auch relativ gut aus. Dann nehmen wir das hier. Fliegt das? Ich glaube das fliegt ein bisschen. Okay. Dann machen wir die Haltestelle hier oben. wo es nicht so fliegt. Ich mache es mal testweise. Abreisen können wir es ja wieder. Ah. Das ist okay denke ich. Gut. Dann fahren wir hier durch. Halten hier an. Fahren hier wieder zurück. Das heisst wir brauchen hier. Einerseits mal noch ein paar Schienen. Und dann machen wir hier noch eine Verbindungsstrasse. Machen wir mal. Country. Nö. Town 2. Ja. Nehmen wir die hier. Und schauen wir mal was wir Schönes haben. Ne. Zu dünn. Ah. Zu weiss. Immer noch zu weiss. Gefällt mir besser. Jetzt machen wir das doch gleich mal mit Tramgleis elektrisch. Und gehen da raus. Beziehungsweise rein. Jawohl. Schiene, Schiene, Schiene. Schiene. Und jetzt machen wir aber hier aussen rum eben die Schiene auch noch. Ganz einfach damit. Die Strassenbahn drehen kann. Wenn sie das möchte. Ich nehme an, das möchte. So. Das nochmal hin. Einmal aussen rum. Hier wieder zurück. Dann hätten wir diesen Bereich bereits gemacht. Hier düsen wir hier lang, haben wir gesagt. Jetzt brauchen wir hier eben noch eine Strasse. Dass wir irgendwie hier runter gehen. Ja. Gerne mit Strassenbahn gleisen. Ja. Mal gucken. Das scheint mir so nicht wirklich schön zu funktionieren. So geht's. Dann kommen wir hier auf eine Brücke. Und da vorne so rein. Das würde ich glatt machen. Aber gerne irgendwie mit einer anderen Brücke. Oder vielleicht sogar mit einem Damm. Wir haben da eigentlich schon einen Damm. Wo war hier der Damm? Hier ist der Damm. Jawohl. Gebongt, 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 gebongt. Sehr schön. So umfahren wir im Prinzip die Kreuzung. Okay. Den Bereich könnte man eigentlich nochmal kappen. Ja. Lasst uns den nochmal wegnehmen. Jawohl. Sehr gut. Dann hier lang. Hier lang. Hier lang. Und hier haben wir tatsächlich schon Strassenbahn. Das ist ja sehr nett. Dann haben wir nämlich auch irgendwo eine Haltestelle. Wir gucken mal. Wo ist hier die Haltestelle? Hier vorne. Zürich Anbau. Tram Zürich. Na das ist doch perfekt. Dann können wir eigentlich den Gleisen folgen, die wir da haben. Ich würde sagen, wir machen glatt schon mal die Linie. Jetzt muss ich aber den richtigen Dingen so wischen. Das wäre hier. Müssen wir dann noch gucken wegen den Terminals. nach hier unten. Hier hin. Wird das eingezeichnet? Wahrscheinlich ja. Das muss eigentlich nicht unbedingt grün sein. Grün haben wir da schon. Lass mich mal nochmal kurz ändern. Machen wir es mal so. Ja. Bestens. Das ist eingezeichnet. Ach jetzt wollen sie doch hier lang. Gut. Das werden sie aber merken. Weil wir haben natürlich keine Gleise. Die Linie weiß natürlich nicht, dass wir mit der Strassenbahn unterwegs sind. Deswegen wird die Linie hier eingezeichnet. Weil das der schnellste Weg ist. Aber wir haben die Gleise hier. Also das müsste die Linie dann sowieso merken. Sonst kriegen wir eine Fehlermeldung. Dann merken wir es auch. Dann geht das hier rüber, über die Brücke. Hier hinten hin. Ja, das macht das Teilchen wunderbar. Gut. Aber eben hier gehen sie auch nochmal über die Kreuzung, die keine Schienen hat. Das wird dann auch geändert. Dann geht das hier vorne lang. Uh, hier schön über die Brücke rüber. Und hier vorne rein. Jetzt haben wir das Glück. Da ist doch tatsächlich die andere Strassenbahnlinie auch pinkfarben oder violett. Machen wir hier mal grün. Ist hier schon jemand drin? Nein. Hier haben wir Ruhe. Gut. Dann nehmen wir dieses Terminal. Dann passt das. Gut. Haben wir. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge ganz klar. Da werden wir diese Strassenbahn kaufen. Und dann schicken wir die über Land von Wien nach Zürich. Und da werden wir natürlich auch einsteigen. Cool. Ich freue mich drauf. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Untertitelung. BR 2018